Ich bin Gaby Fromm und ich arbeite ehrenamtlich für die Pflegescouts. Jetzt fahren wir zu einer Familie, wo ich gefragt wurde, zu helfen für den Vater und die Mutter der Klienten, die mich angerufen hat. Also beide Elternteile brauchen meine Unterstützung. Ja, Fromm, Gaby Fromm ist mein Name. Schön, dass Sie da sind. Danke schön. Wir sind eine örtliche Verbraucherorganisation und eine dieser Veranstaltungen war das Thema neues Pflegericht vor drei Jahren und wir waren überwältigt über die Nachfrage. Normalerweise kommen 15 Leute zu dieser Veranstaltung, 150 Leute da, alles ältere Menschen mit ihren Angehörigen. Das Hauptproblem für die meisten war der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkassen. Meine Mutter, die ist körperlich sehr eingeschränkt. Bei meinem Vater geht es noch. Der ist eigentlich noch relativ mobil, vielleicht etwas vergesslich. Die wichtigste Frage ist zum Beispiel meine Mutter oder mein Vater, da habe ich einen Pflegegrad beantragt. Was muss ich tun? Man könnte natürlich Informationen über diesen Medizinischen Dienst und Abläufe im Internet auch raussuchen, aber das ist nicht dasselbe. Es ist der persönliche Kontakt, der gewünscht wird und auch, dass man dabei ist, wenn der Medizinische Dienst kommt. Es ist dann nicht der Medizinische Dienst, der Fragen stellt, sondern einfach jemand neutral ist. Eine Vertrauensperson, die man ja vorher kennenlernt, die einem da ein bisschen die Unsicherheit nimmt, was kommt auf mich zu, was wird abgefragt oder was wird gefragt. Wie oft gehen die circa zum Arzt? Gibt es da eine Regelmäßigkeit und zu welchen Ärzten gehen sie? Das ist ganz hilfreich, wenn die Mitarbeiter des MDK, des Medizinischen Dienstes, das auch wissen. Das werden die auch fragen. Für die Scouts ist es ein schönes Gefühl, sage ich mal, weil wir spüren unmittelbar, dass Dankbarkeit herrscht und Erleichterung auch herrscht, dass sich jemand die Zeit nimmt und Ehrenamtliche haben halt ein bisschen mehr Zeit als professionelle Berater, dass sich jemand die Zeit nimmt, sich diese Situation mal anzuschauen. Viele Menschen leben auch alleine und die sind sehr, sehr dankbar, dass sie diese Prüfungssituation, ich nenne es mal so, nicht alleine bewältigen müssen, sondern dass da jemand da ist, der auch zuhört, der mal nickt, der ihnen praktisch die Hand hält, wenn man so will und das beruhigt sie auch.